Nein. Besser. Raufen. Ich brauch's. Beides. Hammer genug, ja. So. Beides wird jetzt installiert. Dein. Oh mein Gott. Und... dahin. Jetzt wissen wir auch, wo die Nächsten... Ja, 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 ja. Jetzt hab ich den Fehler gemacht, dass ich... Na ja, egal. Macht alles nichts. So, und wir springen jetzt... weiter. Hoffen, dass nicht noch mal irgendeiner kommt. Und springen. Jetzt bitte sofort... dorthin. Und es funktioniert. Alter Schwede, bitte, bitte, bitte... hab eine Raumstation. Außer Atlas. Da ist natürlich der Atlas, klar. Oh, und wir haben eine Raumstation. Wir fangen mit der Raumstation an. Um zwei Sachen zu prüfen. Ja, ist auf der anderen Seite. Machen wir, aber vorsichtig. Weil so Kollisionen, bei denen man hängen bleibt, ist halt eben einfach das Übelste und Dürfste... Ja, ich weiß, dass es nicht so heißt. Äh, umkommen. Und vielleicht haben wir das Glück... ...dass es, ähm, Dings sind. Na, was ist es? Mir Korvax ist egal. Das geht mir um was ganz anderes. Erstmal gucken wir mal, ob wir hier... ...äh, Dingens kaufen können. Upsa, ja. Hm. Nee, im Moment nicht. Nein. Okay, dann. Schauen wir nach. Was für eine Gilde hier herrscht. Händler ist gut. Dann schnappen wir das da. Und natürlich müssen wir... ...dahin. Dann. Gehen wir dahin. Und... Ich hab keine mehr. Ist das wahr? Okay. Mhm. Mhm. Ich, äh, bin gerade äußerst sauer. Na toll. Das hat also nichts gebracht. Was wir uns schnappen ist, weil es kostenlos ist. Erstmal die da. Und es da ist erst beim nächsten Mal. Gut. Also wir brauchen das, ja. So, hier haben wir alles. Dann fliegen wir... ...so, Anomalie. Ah, ich wollte vorher noch was gucken. Jetzt sind wir einmal gesprungen weg von unserem Frachter. Finden wir unseren Frachter? Oder müssen wir dafür? Ja, 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 ja. Was? Nein. 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 Wir finden es nicht. Gut, okay. Erstmal, wir finden es aber... Wow. Das heißt, sobald wir die Möglichkeit haben, dort einen Teleporter reinzubauen, dürfte es gehen. Oder ist das einfach grundsätzlich mal das Problem? Egal. So, wir gehen auf Neu-Sicher und gehen jetzt erstmal zum Atlas. Was haben wir für Planeten? Kupfer, Paraphylum, Natrium. Ich wollte den scannen. Phosphor. Dissonanz. Phosphor. Sängender Planet. Du, wir gehen jetzt erstmal dahin. Ich habe ein bisschen Angst. Vor allen Dingen habe ich Angst vor irgendeinem Bug, wo ich bei einem Landeanflug irgendwo hängen bleibe. Nichts dafür kann und nichts mehr dagegen. Ja. Du, wir gehen jetzt einfach. Untertitelung des ZDF, 2020 Reisender, ja, das bin ich. Wir gehen da rein. Wir schnappen uns. Die Warpzelle. Noch eine Warpzelle. Hallo. Ich verstehe kein Wort, weil du nicht Reisender sagst. Er heißt mich willkommen, er weiß, was ich bin. Er bietet mir echt Verständnis an. Ja, ich werde es einfach machen. Annehmen. Okay, und wir brauchen chromatisches Metall. So, dann. Na, kriegen wir Sprache? Kriegen wir irgendwas? Drei. Ich glaube, man kriegt die so nicht mehr, oder? Oh, das ist viel besser. So. Hm. Hm. So, in der Station waren wir schon. Wir schnappen uns dann auch hier ganz in der Nähe schnell mal die Anomalie. Das ist der Teil des Grinds, der einfach sein muss. Dann gehen wir in den Protokoll. Wann fahren wir? Nein. Das will ich haben. Okay. So. Was wollte ich machen? Erstmal so einen Anzug holen. Dann gucken, ob wir jetzt schon die Abkürzung nehmen können. Ich finde das ja wirklich toll. Jo, können wir. So. Wir können jetzt auch deutlich länger rennen. Ach, ist das gut. Muss aber jetzt auch reichen. Nehmen wir auf. So. Und wir können jetzt schon weiter. Ich frage mich, ist so eine Mission, also das eigentlich das Erreichen. Das, so. Ne, Quatsch. Lass mal gucken. Wie viel Kupfer haben wir noch? Genug. Aber derzeit einfach mal. Wir brauchen, bis wir zum nächsten Atlas kommen, unbedingt einen Planeten. Trostlos. Pyrid Natrium. C. Gold, was? Ja, toll. Ne, ich will den... War das der? Sängende? Nein. Ammoniak werden wir auch brauchen. Kann ich ja mal gucken. Ja, dafür. Ich sehe nichts. Dunkel muss es immer dunkel sein. Okay, das scheint alles... Was ist das? Ja, so Inseldinger, ich weiß es nicht. Ist das überhaupt? Das ist Wasser, ja. Ich würde sagen, wir landen mal einfach... Ne, nicht da oben. Bitte nicht da oben. Irgendwo da unten. Da gibt es irgendwas? So. Kupfer... Natrium... Und Katzenleber. Ich hasse es. Natrium... Natrium... Relikte... Ja... Das ist wichtig. Das ist jetzt erstmal wichtig. Das hat jetzt viel gebracht. So. Das bringt alles ein bisschen was. Ich muss immer noch vorsichtig sein. Ja, ich mach das gleich. Sagte er. Berühmte, letzte Worte. Und das Lebenshaltungssystem. Ja, mach ich gleich. So. Hier ist es gleich. Ja, wo genau haben wir es? Ja, da. Ist es das schon? Den wollte ich nicht. Ja. Wie viel gibt's? Drei? Vier? Nein. Dann... Müssen wir das da... Erstmal. Wir brauchen 80 chromatisches. Ja, was haben wir hier? Was haben wir davon gekriegt? Das wissen wir nicht. Hier ist schön. Wenn auch ein bisschen giftig. So, was haben wir hier? Das ist diese ganze Schrott, den wir nicht brauchen. Wegen Wasser. Ich dachte schon zu weit weg. Nein, geht. So, dann... Was ist das denn? Warte mal. Aha. Oh, Entschuldigung. So. Ammoniak? Natrium. So, wir gehen zum Schiff. Weil ich kann ja meinen Dingsschutz nicht aufladen. Wir bauen unsere... Wir bauen unsere... Ja. Und... Technologie aufgeladen. Was? Ach. Wieso? Hä? Hab ich da... Bitte? Ja. So, Drecksvieh. Gehst du bitte weg? Oh. Ja, danke. Ach, das ist auf meinem Frachter. Okay. So, deswegen habe ich keins. So, Kupfer. Ja. Das werden... 58, das reicht nicht. Ach komm, wir machen es einfach ganz. Ist doch egal. Ich stoppe einfach, wenn die nachzüß sind. Ich stoppe einfach, wenn die nachzüß sind. Wo ist sie jetzt? Da. Und? Wofür brauchte ich es? Dafür. Nein. Für was brauchte ich das chromatisch? Achso, ja. Ich weiß es wieder. Oh mein Gott. Kann ich irgendwas wegwerfen? Ja, Katzenleber. Weg. Weg. Brauchen wir später bestimmt irgendwann mal. Aber jetzt weg. Und? Da ist er. Mhm.